Ja, bei uns ist Luca Ludwig. Luca, du bist ja dieses Jahr im Gatspeed im AMG GT unterwegs. Erzähl uns ein bisschen, wie sieht dein Saisonprogramm aus? Ja, zunächst einmal wurde ja das GT Masters Programm verkündet mit Sebastian Asch wieder zusammen auf dem Ferrari. Da freue ich mich sehr drauf. Back to the roots kann man sagen. Nach zwei Jahren, wo wir zusammengefahren sind, 15, 16, dort wieder das Programm. Und hier auf dem Gatspeed Mercedes Vodafone als Partner ist echt eine tolle Geschichte und freue mich, dass ich mit dem Adam zusammen in einem Team, also in seinem Team fahren kann und dass wir da zusammen angreifen. Das klingt schon sehr vielversprechend. Volles Programm, GT Masters und dann auch hier die VLN. Jetzt ist es ja so, aufgrund des Kalenders wird es einige Überschneidungen geben zwischen dem Programm hier am Nürburgring der ADAC GT Masters. Siehst du da Nachteile für dich als Fahrer? Ja, fahren hilft natürlich immer, natürlich. Und das ist ein bisschen schade. Ich kann jetzt nur den ersten Lauf fahren, voll in eins, und danach gibt es viele Überschneidungen, sodass wir dann GT Masters fahren. Das ist ein bisschen blöd, weil hier helfen natürlich extrem Kilometer. Ich war jetzt auch zwei Jahre nicht mehr hier aktiv, zumindest beim 24-Stunden-Rennen nicht. Ich bin noch einmal einen Vollendlauf gefahren, aber sehr wenig in letzter Zeit. Früher natürlich sehr viel. Ich bin ja hier groß geworden. Also ich kann von der Erfahrung schon noch zehren, aber es hilft natürlich schon, wenn man vor dem 24-Stunden-Rennen viel im Auto gesessen hat. Während der Winterpause gab es ja einige Veränderungen hier auf der Nürburgring-Nordschlaf. Es wird neu asphaltiert, Leitplanken wurden neu gezogen. Wie auffällig war das für dich als Fahrer nach den ersten Runden heute? Sehr. Also der neue Belag ist gigantisch. Das ist wirklich toll. Von Kallenhardt runter Richtung Adenau. Das ist schon eine andere Welt. Das muss ich echt sagen. Im Arzenbach gab es auch einige Modifizierungen, habe ich gesehen. Also ich glaube, es wird nochmal, was den Belag anbetrifft, natürlich nochmal deutlich schneller. Luca Ludwig, vielen Dank bis hierher. Viel Erfolg für die Saison. Danke.